hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video hier heute auf diesem kanal zuvor und gleich und ja Leute, ähm, an erster Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass gestern kein video kam ähm, ja ich hab ja gesagt, dass daily upload kommt, dafür kamen vorgestern zum beispiel zwei videos ähm, ja, ich hab's gestern einfach nicht mehr geschafft ein video aufzunehmen und das zu schneiden und ja, heute kommt wieder ein video und ich würde sagen, wir springen direkt in dieses video rein so, ähm, wir haben heute die Reaction am Start auf meine erste Fortnite-Runde oh mein Gott, also allein wenn ich, wenn ich das schon sehe, wie die Map aussieht Arnet, Icarus, Tomato Town, Ritter Row, also das sind die meine erste Fortnite-Runde generell meine erste Fortnite-Runde generell habe ich privat gespielt das ist mein erstes, äh, mein erstes hochgeladenes video von Fortnite also es gibt Arnet gibt's noch, gibt's ja nicht mehr hier oben ist einfach nichts, kein Chunk, kein Haunted Hills, kein Snobby Shores, Tilted Towers, äh, Shifty Shaves, alles nicht da Lucky Landing ist nicht da, ähm, hier hinten Mosty Meyers und da gibt's ja auch nicht mehr Parallels Palms inzwischen, ähm, ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal in dieses Video rein und noch was, ich habe jetzt ein neues Mausbrett, das ist absolut, es ist viel größer als das vorher und, ähm, ja, habe jetzt dadurch auch noch mal ein bisschen was von meiner Mausbrettigkeit rumgestellt und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal an das Video rein ich muss noch was schauen, ich gehe nämlich hier immer hier in den Pleasant Park Pleasant? Wer kennt's nicht, wir gehen in Pleasant Park? Leute, Pleasant mit I oder ich gehe einfach mal, nö, ich mach's mir gezillter, ich gehe in, geh ich mal rein, no joke, muss mal schauen Star High! Star High! Das war ein Stream, ähm, die erste Fortnite Runde war ein Stream und jetzt müssen wir mal gucken, oh Gott, wie das noch aussah damals, diese Spuren, diese Standardspuren und wie jeder einfach ein No Skin war, ich glaube, das war Season 2, das müsste Season 2 gewesen sein, das mach ich da Tut mir leid, wenn ich auf den Chat nicht eingehen kann, ich habe gerade zur Zeit keinen roten Bildschirm deswegen ist es für mich schwierig, auf den Chat einzugehen So, okay, wo lande ich jetzt? Ich habe den Fallschirm, also ich habe schon eine Runde insgesamt gewonnen Oh mein Gott, ich hatte damals einen Win gehabt und ich schieße nachher sofort Okay, heiße ich heutzutage zum Beispiel nicht mehr Ähm, ja, okay, hi Hi Oh Gott, wie sauer Weil wir Ich lande irgendwo im Nirgendwo und wundere mich dann, warum ich keine Waffe bekomme, ist auf jeden Fall auch ziemlich nice Oh mein Gott, es war einfach nichts belegt und ich bin nicht auf diese blauen Teile gegangen Oh, eine grüne Pistole Was versuche ich da abzuschießen? Oh mein Gott, ist die Zone weit weg Oh mein Gott, ist die Zone weit weg Oh mein Gott, ist die weit weg Nicht Ich würde sagen, wir gehen schon mal in den ersten Kampf rein Hier bin ich verregt Mit null Kills anscheinend Wow Wechsel doch Switch doch auf die Pumpgun Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Was zum Geil her tue ich da? Man kann sneaken Was tue ich da? Bin ich dumm? Ja, 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 ja Erstmal ausrasten wegen einer Scar Wegen einer Scar raste ich richtig aus Okay Oh mein Gott, ich seh grad was Hier und achtet mal hier drauf Hier ist ne, die Trap ist blau Also die, ach stimmt, die war damals blau Wieso lege ich meine Pumpgun weg und nicht meine zwei Pistols? Äh, ich hab ja damals, ich hab glaub ich damals noch auf Deutsch gespielt spiel Heute ja nicht mehr Und ich hab trotzdem damals Pistols gesagt Warum? Was? So hab ich doch grad gelabert Egal Ich bin doch hier irgendwo verreckt Wo bin ich verreckt? Oh ja Was tue ich da? Er hat mich mit der Sniper Oh mein Gott Er hat mich mit der Sniper gekillt Ja, ich war damals ein extremer Noob Jetzt zum Glück nicht mehr Äh Wo ist denn? Es wird mal schön erstmal vorspulen Wo trepp ich denn mal auf jemanden? Bin schon irgendwie irgendwo verreckt? Oh, hier kämpf ich, oder? Ich bewege mich kein Stück Oh Oh Also bitte check, dass der von oben vom Berg kommt Hä? Von wo stand er denn? Äh, von wo schießt er denn schon? Von wo schießt er denn? Von wo schießt er denn? Kann man die Geschwindigkeit auf Zeitlupe setzen? Von wo schießt er denn? Ja, keine Ahnung von wo er schießt Keine Ahnung von wo er schießt Man konnte den ja auch gar nicht sehen Egal Ähm Nächstes Match Also bis jetzt noch eine 0,0 der Karin Stark Äh Ich bin in Greasy Grove gelandet Hat man natürlich wieder keinen Fight Oh mein Gott Wer kennt noch diese Maschinenpistole? Die gab's Und die Oh mein Gott Die Blitzfalle gab's auch noch Wie geil Die Blitzfalle würde ich sogar echt gern nochmal in dem Game haben Recht cool Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich habe ihn gekillt Ich habe ihn gekillt Wie stark Ach und was tue ich hier? Was tue ich da? Da war doch noch ein Gegner Ich höre Also ohne Witz Ich würde jetzt komplett anders reagieren muss ich sagen Die kleine gibt's auch nicht mehr glaube ich Ich glaube es Die hier müsste es nicht mehr geben Ich glaube es nicht Nein Ich glaube es gibt die Nee ich glaube die gibt's nicht mehr Nein Die wurde glaube ich rausgepatcht Mit diesen komischen SMGs da Ich hasse das Egal Jetzt werde ich gleich zu schild Boah 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 Wie stark So schnell kann ich nicht zielen Aber so schnell kann man bauen Pfff Ein Schaden Ich schieße mit der Shotgun auf den hier Oh Gott Ja Leute Ähm Das war die Reaction eigentlich auch schon Weil Ja Was ist hier passiert? Ich bin verreckt Ich bin verreckt Ich hatte ne 0,25 KD geschätzt Und Habe einfach nichts gebacken bekommen Also wenn euch das Video gefallen hat Will ich mich selber liken am Tag freuen Bis dann auch noch ein Und Tschüss Ciao